Wo ist die Bushaltestelle? Welcher Bus fährt ins Zentrum? Welche Linie muss ich nehmen? Muss ich umsteigen? Wo muss ich umsteigen? Was kostet ein Fahrschein? Wie viele Haltestellen sind es bis zum Zentrum? Sie müssen hier aussteigen. Sie müssen hinten aussteigen. Die nächste U-Bahn kommt in 5 Minuten. Die nächste Straßenbahn kommt in 10 Minuten. Der nächste Bus kommt in 15 Minuten. Wann fährt die letzte U-Bahn? Wann fährt die letzte Straßenbahn? Wann fährt der letzte Bus? Wann fährt der letzte Bus? Haben Sie einen Fahrschein? Einen Fahrschein? Nein, ich habe keinen. Dann müssen Sie eine Strafe zahlen. Dann müssen Sie eine Strafe zahlen. Dann müssen Sie eine Strafe zahlen. Vielen Dank.